Ah, shit, warum komm ich immer in ne Schwitzerlobby, wenn ich einmal Deathslinger spielen möchte? Random fact, also ich hab schon mal ne Folge Deathslinger aufgenommen, aber wieder gelöscht, weil die absolut bescheiden war. Und da war auch ne komplett Schwitzerrunde. Ich hab keinen einzigen Schuss getroffen, weil die jedes Mal, genau wie ich geschossen hab, gesidestept sind. Ja, ich mein, es kann nur besser werden. Ja. Mal schauen, wie's wird. Okay, let's go. Sanctum of Wrath. Okay, es ist nicht die schlechteste Map für uns, es gibt eine bessere. Muss ich ehrlich zugeben. Ich hab auch länger nicht mehr gespielt, Killer. Moin, Kollege. Einen Hit geben wir und dann gehen wir. Einen Hit geben wir und dann gehen wir. Wir wollen ja nicht asozial sein. Außer, das war Teil der Taktik dann. Ich höre Reparaturgeräusche. Ah, dreht mal einfach mal. Interessant. Ganz ehrlich, wir könnten zum alten Gen wieder schauen, ob die Person immer noch da ist. Aber auf jeden Fall, da oben höre ich jemanden. Nice. Erstmal nachladen. Ah, nein. Daneben. Nice. Sehr nice, sehr nice. Erstmal nachladen. Aufheben. Und da ist doch gleich ein Hook. Ah, ich mag das one. Ja, die ist afk. Obwohl, warte. Der Chen ist angefangen. Warum ist der Chen da hinten weiß? Ach, stimmt, weil er blockiert ist. Gut zu wissen. Der da oben ist immer noch kaputt. Aha, wurde geheilt. Das ist interessant. Das heißt, da hätten sind auf jeden Fall Leute. Ah, du tust mir aber leid. Sorry. Ich wollte, ich will dich nicht tunneln. Du, aber du rennst mir immer hier. Nicht quere. Nein, es tut mir leid. Ich will dich nicht tunneln. Okay. Dich hänge ich doch einmal auf. Danach, wenn ich die Nummer sehe, ich lasse dich erstmal in Ruhe. Gut. Okay, da haben wir jemanden, der rennt. We have a runner. Not a runner. Nein. Oh, da habe ich die zu... Da habe ich die Harpune als zu schwach predicted. Ah, da ist jemand gestorben. Hat sich freiwillig töten lassen. Ja, gut. Jemand war afk. Ganz ehrlich. Was soll man dann da auch machen? Ist halt irgendwie... schon doof. Ja, jetzt hat sie auch disconnected. Hm. Ja. Das ist halt schon... Scheiße. Also, jetzt wirklich. Da hinten ist jemand. Das ist die Frage. Wo ist die Person langgegangen? Wo ist die Person langgekrochen? Die wird sich nicht einfach hier in den Schrank gehockt haben. Nee. Das wird sie nicht gemacht haben. Entweder sie wird die Person jetzt absolut einfach aufopfern. Was mega beschissen ist. Für die Person, die gerade hängt. Oder... Ja. Ja, sie wird angehockt. Okay, wir müssen... No mercy. Da gehen die Kratzspuren lang. Nein. Nein. Nein, nein. Ich will die aber nicht. Ich will no mercy haben. Ich will no mercy. Komm. No mercy. Also, ihr wisst schon, ich spiele es nicht wirklich. Weil es ein echtes Game wäre, dann würde ich die jetzt schon nehmen einfach. Aber ich will nicht. Ich will no mercy haben. 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 Hi. Dich lass mal in Ruhe. Ach ja, no mercy. Wo bist du, wo bist du? Da auf jeden Fall auch nicht. Und da auch nicht. No mercy? Da hinten auch nicht. Wo bist du? Wo bist du, no mercy? Aha. Aha. Wo ist die andere? Das ist halt irgendwie gerade... Wo ist no mercy? Das ist die Frage. Also Kinder, wenn ich no mercy nicht bald finde, dann ganz ehrlich... Dann muss ich die Runde leider beenden. Wo ist no mercy? Wo ist deine Teamkollegin? Wo ist deine Teamkollegin? Wo ist sie? Wo ist sie? Ähm, okay. Interessant. Okay. Okay. Aha. Aha. Okay. Interesting story. Laden wir erstmal nach. Und dann... gehen wir. So. Ich würde sagen... Jetzt haben wir lange genug rumgespielt mit denen. Das ist so eine verrückte Runde. Ganz ehrlich. Ich hab heute guten Tag. Deswegen... lassen wir einen entkommen. Eine Person lassen wir entkommen. Eine Person lassen wir entkommen. Weil für den AFK konnten die nix. Ähm... Ja, hast du's bald? Also ich mein... Wir können euch zusammen die Hedge suchen. Ähm... Ich hab keine Ahnung wo die ist. Aber auf jeden Fall... Ah, da ist sie. Ja, komm wir. Geh rein. Geh rein. Jetzt geh rein. Jetzt geh rein! Bevor ich mir alles überlege. Dankeschön. Okay. Das war die verrückte Runde seit langem wieder. Ich hoffe, ihr habt euch trotzdem ein bisschen gefallen. Und... Ja. Man sieht sich. Ciao, ciao.